Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Gothic. Guckt mal, er liegt immer noch in seinem Blut. Aber viel Blut hat er schon gar nicht mehr, weil er so viel Schaden schon genommen hat. Guckt nur, dieses Flätzchen da ist rechts geblieben. Kümmern wir uns halt um die Viecher. Hm. Das ist echt verdammt scheiße. Ach warte, wir müssen ja vorher... Ach komm ey. Äh, wir müssen uns ja wieder hochheilen. Also zwei von denen. Einen der 50er. Und dann speichern wir das erneut. Wird das Drohgebären? Ich hoffe mal nicht. Ah, jetzt können... Jetzt stehen die alle so, dass wir die nicht attackieren können, oder wie? Leck mich doch. Scheiß Boden, wieso bist du im Weg? Stop that Boden. Ich applaudiere erneut für unseren Helden. Für Mister, ich bin zu dumm, um auf Erde zu laufen. Okay, dann laufen, machen wir das mal so. Geht das jetzt besser für dich? Ich hoffe, ich habe dich nicht beleidigt, ja. Zumindest nicht häufiger als eh verdient. Komm, auf die Entfernung wirst du ja wohl treffen können. Komm. Ja, dann warten wir halt, bis einer von denen in die Nähe kommt. Die werden sich schon bewegen. Früher oder später. Können wir auch einfach so schießen? Nö, schade. Was wären denn alternative Möglichkeiten für Attacken? Die Viecher, warum bewegt ihr euch nicht mehr? Nein, du bist überhaupt nicht der dümmste Mensch auf der Erde. Sicherlich nicht. Der dümmste Mensch auf der Erde ist viel dümmer als du. Er kann eigentlich nicht mal mehr atmen, glaube ich. Selbst das kriegst du ja gerade noch so hin. Du brauchst zwar viel Übung, aber du kriegst das gerade noch so hin. Wir geben die jetzt mal auf. Das sind im Moment einfach noch zu viele von uns. Fürchte ich. Da nehmen wir doch liebend gerne die hier. Wieso kannst du die nicht mehr... Hm. Nein, hier sind keine Gegner. Was ist denn das jetzt schon wieder? Junge! Du wirst doch wohl deine Gegner noch anvisieren können. Das kann jetzt nicht sein. Sag mir nicht, wir konnten die nicht attackieren, weil wir sie nicht anvisieren konnten. Ey, bitte. Ich glaube, wir kommen hier so langsam in den Teil der Schlucht, wo Xardas Untod uns erwarten. Aber ich habe keine Ahnung. Verdammt, ey. Wie soll das gelingen? Ich würde eigentlich lieber noch ein paar Erfahrungspunkte kapern. Ich meine, wir sind immerhin wirklich schon fast auf hier fünfter Kreis der Magie. Und diese Eiswelle, die muss schon verdammt mächtig sein. Es wäre, glaube ich, gar nicht schlecht, die noch zu lernen, bevor wir hier endgültig wartet. Jetzt können wir es ja nochmal versuchen. Vielleicht kriegt das ja jetzt mal hin. Ach, doch, es geht. Okay. Mist, da hat es einfach nicht hingekriegt. Okay. Wohin kommt ihr? Wohin kommt ihr? Könnt ihr den Berg hochklettern? Ja, natürlich könnt ihr den Berg hochklettern. Natürlich könnt ihr den Berg hochklettern. Ihr seid einfach super. Bitte. Okay. Oh, Mann. Also merke, Viech attackieren, wegrennen. Wir müssen hier jetzt weg. Bedingungslos. Sind sie noch da? Nein. Aber er ist weg. Auf die Art und Weise kriegen wir die Einzelnen weg, glaube ich. Das sieht gut aus. Okay. Immerhin. Einer ist weg. Speichern. Weg, weg. Auch hier wieder Waffe ziehen. Weg, 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 weg. Weg und weg. Einfach Reißaus nehmen. Wir können mit der Magie, kriegen wir sie tot. Einer hinter uns? Nein. Sehr gut. Zwei sind weg. Wir dezimieren die jetzt und dann hauen wir sie um. Heilige Scheiße, ey. Was für schwere Gegner. Da hänge ich doch jetzt auch schon wieder ewig dran, oder? Oh, ist das peinlich. Das dauert immer bei mir so lang. Schön ist auch, dass immer einer auf dieser Position Platz nimmt. Und den wir dann wieder weghauen können. Ja, auch du bist eins dieser Bauernopfer. Wieder einer weniger. Sein Freund noch da? Ja, ist er. Sehr gut. Damit sollten wir dann endlich alle von denen weggehauen haben. Was mir persönlich sehr gut gefällt. Aber es reicht noch nicht für den neuen Level. Das heißt, es fehlt da vermutlich ein Monster oder so. Ja. Es fehlt relativ genau ein Monster. Shit. Wir kriegen die auch noch. Wäre ja auch viel zu einfach gewesen, wenn du mitgekommen wärst. Haha, wie geil. Was schön. Okay. Fünfter Kreis der Magie. Es ist denke ich klar, dass wir uns den holen. Was rennt denn hier alles rum? Oh Gott, Leute. Kriegen wir den tot? Keine Ahnung. Aber ein Versuch wäre es wert. Was ist das? Ein Feuerwaran. Ob wir den mit Feuer tot kriegen? Vermutlich nicht, oder? Nein, wir kriegen den mit Feuer nicht tot. Ah, vielleicht kriegen wir ihn ja mit Eis kaputt. Was macht der da? Ich will es gar nicht wissen. Warte mal, haben wir überhaupt noch? Oh, wir haben kaum noch magische Energie. Vielleicht sollten wir vorher unsere magische Energie kurz wieder hochheilen. Okay, wir kriegen ihn sogar relativ gut tot. Oh, das ist schön. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte, die man mitnehmen kann. Auch wenn mir seine Fähigkeit, Objekte anzuvisieren, mir gerade gar nicht gefällt. Mit Düng zu Xardas Turm geht es möglicherweise hier entlang. Haltet ihr das für möglich? Weiter, 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 Attacke, Attacke, Attacke. Die müssen sterben. Die müssen sterben. Töte ihn, töte ihn. Töte ihn, töte ihn. Das ist so geil. Könnt mich alle mal... Nichts da, ihr kriegt mich nicht kaputt. Zwei. Okay. Immerhin, mittlerweile geht es sogar ein bisschen. Manchmal überleben wir sogar noch. Bravo. Dich nehmen wir mit, auch wenn du uns kaum was bringst, aber wir nehmen dich mit. Was ist das hier denn, der Weg zu Xardas Turm? Es sind vor allem viele Orks. Ist das seine Festung? Ich weiß es nicht. Bitte lass das Menü zum Heilen offen, dass ich mich heilen kann. Danke. Nochmal, das reicht so. Okay. Ach du fuck. Wir versuchen die beiden im Alleingang. In der Hoffnung, dass die anderen das doch nicht mitbekommen. Sehr gut. Check this. Den kriegen wir auch noch. Der ist allein. Der ist allein. Den erwischen wir. Zack. 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 Oh. Vielleicht war der doch nicht allein. Visiere ihn bitte an. Danke. Nee, ich werde mich nicht wehren. Wenn du zu dumm bist, ihn anzugucken, dann kann ich dir nicht mehr helfen. Niemand kann dir helfen. Du wirst sterben und Xardas wird uns nicht erretten, weil du tot bist. Das ist doch nicht wahr. Bitte. Nächster Versuch. Wollen wir es versuchen? Ja, wir versuchen es mal. Bitte, bitte, bitte. Tu mir einfach den Gefallen und sei nicht der dümmste Arsch auf der Welt. Wie die halt einfach alle direkt aus dem Steg greifen, die Waffe ziehen und damit schlagen können, ja? Mir soll es egal sein. Wir haben wieder ein paar davon weggeräumt. Alles, was wir jetzt mitnehmen, ist jetzt schon mal nicht mehr am Leben. Das ist positiv. Denn alles, was jetzt tot ist, kann den Idioten nicht mehr mitnehmen. Er kann auch anvisieren. Das lohnt sich ja gar nicht. Der Kerl ist ja sofort tot. Sehr schön. Speichern. Weil wir schon ganz viele von denen getötet haben. Anschließend müssen wir unser Leben wieder auffüllen. Was mit den Pilzen wieder super gelingt. Na schön. Los, fress dich voll. Du olle Socke, du hier. Diese Pilze müssen mal weg. Die haben wir schon so oft gegessen. Und dann nehmen wir zweimal dich, würde ich sagen. Sehr schön. Dann hauen wir wieder volle Macht da drauf. Er lebt noch. Das müssen wir ändern. Oh, ist das gemein. Er hat uns gerade so erreicht. Und dann ist er tot. Oh, so ein Pech. Ich möchte nur seine Waffe, bitte. Danke. So viele Leichen. Das sieht mir aber nicht nach Xadas Festung aus. Ich glaube, wir sind hier voll falsch. Bisschen näher ran und einen in der Mitte erwischen. Den zum Beispiel. Ich bin voll der Troll. Ich hau euch Schaden rein. Er ist tatsächlich dran gestorben. Folgt uns einer? Ja, dann nehmen wir das hier. Muss sich auch lohnen, der Ausflug. Wo wir doch schon so viel Manna raushauen, um irgendwelche Viecher zu töten, die wir vermutlich jetzt einfach noch gar nicht töten sollten. Na, da kann man doch auch ruhig nochmal ein paar Heil-Items mitnehmen, ja? Alter, ist das gemein. Wir hauen die jetzt alle um. Sie kriegen einfach den Schaden, den die Welle erzeugt. Den kriegen sie einfach alle noch mit. Nee, den da. Den da. Eins hab ich gedrückt. Nimm dein Schwert raus. Den hätten wir nochmal attackieren können. Warum? Wir dürfen nicht riskieren. Das ist... Oh, oh, oh. Fuck. Das dürfen wir auf keinen Fall riskieren. Das ist nämlich das Problem dabei. Wenn wir uns nicht so weit... Oder wenn wir uns nicht weit genug entfernen, dann scheißen die auf uns. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gleich hinterher und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. War jetzt wirklich schwer, muss man schon mal sagen. Okay, aber es werden weniger. So langsam haben wir den Platz hier aufgelöst. Das ist schon mal... Nein, doch nicht den Feuermagier in Gothic. Das ist schon mal sehr, äh, bewundernswert und es fängt an zu regnen, was natürlich bestimmt auch Auswirkungen auf unsere Kampfstärke hat oder so. Keine Ahnung. Auch hier. Einmal dich. Einmal dich. Dann wieder ganz viel von dir. Los, Schlöff leer. Ja, wir wollen die Orks da hinten alle in einem richtig mächtigen Angriff, äh, weghauen, dass wir hier später einfach durchlaufen können, ohne dass wir Probleme haben. Das wäre ganz wichtig. Aber wenn es cool wäre, jetzt den 5 im Kreis zu kriegen, aber im Moment sind wir hier und machen unsere Mission und, äh, clearn hier das komplette Feld. Oh Gott, ey. Die Suppe dauert so lange. Der Pilz ist wenigstens schnell gegessen. Ah, ja, egal. Dann müssen wir uns halt wieder hochheilen. Das ist halt einfach mal so. Im Leben erreicht man nichts, wenn man sich nicht hochheilt. Die Viecher da hinten, da ziehen wir genau auf die Mitte, dann erwischen wir alle anderen mit. Wobei ich echt fürchte, dass dieser Regen irgendeinen Einfluss hat. Vielleicht ist er dann der Blitz stärker. Hm, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oder vielleicht hat es auch einfach gar keinen Einfluss, sondern es ist nur so ein hübscher Wettereffekt, dass die Welt lebendiger wird. Das soll reichen. Erneut Magie zu ehren. Sind das normale Orks? Das ist ja süß. Oh fuck, der hat uns gesehen. Scheiße. Vollidiot. Du bist so blöd, wie du hässlich bist. Du bist einfach nur so blöd, wie du hässlich bist. Ich so lade deine Waffe auf, um zu einem Angriff zu blasen. Er so, das kannst du mal vergessen. Fick dich. Verpiss dich. Fick dich. Verpiss dich. Das kannst du doch wirklich nicht wollen. Das ist doch wirklich nichts, was du willst. Wieso macht er das? Ich hab doch die Taste für den Angriff zum Aufladen des Zaubers gedrückt. Wieso ignoriert er mich? Okay. Die sind zu viele. Komm, Erfahrung plus 150. Okay. Das waren wohl nicht gerade die Mächtigen. Okay, das waren wirklich nicht die Mächtigen. Alter, ist das böse. Sehr schön. Wir rauben hier gerade wirklich das Hauptlager der Orks aus, hab ich so das Gefühl. Das ist halt einfach mal übelst gemein, aber mir scheißegal. Hast du was? Nee. Immer noch gibt's ein paar davon. Das ist doch nicht wahr, oder? Was? Was sie an Schaden bekommen haben, können sie nicht mehr wieder wegmachen. Sind die Orks damit jetzt endlich alle ausgerottet? Scheint so. Scheint so. Hm. Kisten haben sie natürlich nicht. Ebenso wie irgendwas, was Zivilisation bedeuten würde. Und da ist wohl noch einer verreckt von den Viechern. Angenommen, wir holen die Wände hier jetzt hoch. Was passiert dann? Natürlich klemmt sie. Dieses Mal wird's halt vermutlich tatsächlich auch wirklich beabsichtigt sein, weil ich kaum glaube, dass wir hier eigentlich schon sein sollen. Wir sind halt einfach hier hingegangen, weil es langweilig war und haben mit unserer Zauberei und unserer Magie tatsächlich die Viecher einfach weggehauen. Entsprechend brauchen wir auch schon wieder nur noch 4.400 oder 4.380 zum nächsten Level, was eigentlich total lächerlich ist. Hier unten sind sicherlich auch noch ein paar Gegner, die man besiegen kann. Oder? Oder sind wir hier schon an einem bekannten Ort? Ich weiß es nicht. Hm. Kennen wir? Doch, natürlich kennen wir den Ort hier schon. Klar. Wie sieht's eigentlich aus? Greifen wir uns die Gardisten hier jetzt auch an? Komm, wir gucken mal. Das ist dann noch das Letzte, was wir in der Folge noch machen. Ja. Okay. Das heißt, ihr müsst dran glauben. Tut mir leid. Niemand sieht mich. Was? Was? Töte ihn einfach. Ja! Genau! Das war sicherlich nicht falsch. Niemand kann abstreiten, dass das richtig war. Es ist so traurig. Ein Applaus für Mr. Ich bin zu dumm, um Zauber einzusetzen. Ich bin zu dumm, um zum Leben. Ich bin allgemein zu dumm für alles. Nächster Versuch. Du hast es immerhin fast geschafft, nicht der dümmste Idiot der Welt zu sein. Herzlichen Glückwunsch dazu. Okay, und damit gehen wir. Denn den kriegen wir zwar tot, aber den anderen Kerl kriegen wir nicht tot. Ach, hier ist das geheime Lager von Milton, ne? Ich denke, wir sind hier weit genug weg und der Wichser ist wieder gedespawnt. Wenn nicht, haben wir ein scheiß Problem. Das speichern wir jetzt auf jeden Fall mal. Wir haben immerhin keinen Schaden genommen. Wo ist der? Bin ich denn jetzt blöd? Ach, da bist du. Danke, Wichser. Nein, das machst du jetzt nicht. Du hast nicht das scheiß Recht, das zu machen. Arsch. Gothic hat sich aufgehangen. Ja, toll. So, Hallihallo noch mal ganz kurz zu dieser Folge. Wir bringen jetzt noch den anderen um, dann ist auch Folgenende schon, habe ich gesehen, weil, äh, wir sind schon wieder bei 25 Minuten oder so. Fuck, ey. Zieh ihn an. Visier ihn an. Voll Idiot. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Danke, Tastatur, dass du dich auch gleich abmeldest. Ey, ich krieg hier noch die Krise. Jetzt hat meine Tastatur, ah, jetzt hat sie wieder Signal. Zur Abwechslung mal. Aber das machen wir so nicht. Okay, wir versuchen ihn zum Laufen und ihn dann von der anderen Seite zu attackieren. Oder wir versuchen doch einmal, versuchen wir das noch, laden aber nicht mehr ganz so stark auf. Er muss ja auch erst seine Waffe rausholen. Bis er das geschafft hat, haben wir ihm hoffentlich schon eine reingewirkt, die seinen Tod bewirkt. Okay, wir haben ihn nicht mehr im Visier, aber er hat uns noch im Visier, weil er super toll ist und wir super scheiße sind. Okay, alles klar. Damit kann ich leben, indem ich fliehe. Ach, warte, aus dem Lager kommst du hier nicht mehr raus. Ach, kacke, ey. Muss ich jetzt ernsthaft ewig den Umweg laufen, bloß damit ich diesen Idioten nochmal totkriege? Komm, kletter da hoch, das muss irgendwie gehen. Letztes Mal sind wir auch in dieses Lager gekommen, ohne dass wir die Wichser da gesehen haben. Okay, wo können wir jetzt laufen, ohne dass wir Schaden kriegen? Hier zum Beispiel? Nicht. Irgendwo aber, das ist uns klar, muss es hier runter gehen, denn wir waren hier oben schon mal. Hier ist es aber nicht. Das heißt, es muss woanders sein. Hm. Das ist auch nicht. Das heißt, auch hier muss es woanders sein. Hm. Könnte das sein? Müssen wir hier langlaufen, dass wir da runter kommen? Auch der Angriff von hier dürfte ziemlich sinnlos sein. Wo können wir noch hinlaufen? Wir können hier hoch. Wir können auch einfach verrecken. Wie ein dummes Stück Scheiße, das wir übrigens sind. Oh Leute. Bin mir nicht sicher, im Moment macht mir Gothic auf einmal ein bisschen weniger Spaß. Und es liegt sicherlich nicht daran, dass die Steuerung so intuitiv und super ist. Wir sind doch hier... Wo sind wir dann hingekommen? Wo kamen wir daher? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir uns eh hochheilen und den dann töten. Uns bleibt ja sonst eh nichts mehr übrig. Äh. Diesmal nehmen wir mal die, dass wir hier irgendwann mal fertig werden. Los, futter dich voll. Du hast einen Idioten zu töten, den du alleine nicht totkriegst, weil du so ein Depp bist. Die Gardisten reden also gar nicht mehr mit uns. Die attackieren uns einfach direkt. Ja, dann müssen wir halt die Gardisten niedermetzeln. Und auch einen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und erneut werden wir ihn mit Feuersturm attackieren. In der Hoffnung, dass er dieses Mal direkt den Kürzeren zieht und er stirbt. So wie es sich gehört für ein dummes Stück Scheiße, das er übrigens ist. Bitte. Fick dich. Fick dich weg. Ja, wenn man halt zweimal voll an die Wand pfeffert seinen Zauber, dann stirbt man. Mann, das waren genau die zwei Treffer, die den Sieg bedeutet hätten. Idiot. Neuer Versuch. Irgendwann muss es klappen. Wir sind so viel mächtiger als dieser kleine... Leine. Ja, damit. Wenn er versucht, uns zu attackieren, ist das kein Problem, weil er so schwach ist, dass wir ihn einfach ausharben können. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, darüber diskutieren wir gar nicht. Nein, 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 nein. Das tut mir ja sehr leid. Ich kann meine Menü sicherlich noch öffnen. Nein, 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 nein. Du hast diesen Bucket jetzt nicht schon wieder, weil du ihn gerne haben möchtest. Nein, 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 nein. Darüber diskutieren wir gar nicht. Gut, dann gehen wir ganz weit weg. Vielleicht attackiert er uns ja dann nochmal. Merke also einfach nie wieder mit Idioten sprechen. Am Tun sind die auch keine Probleme bereiten. Hallo du, darf ich dich töten? So. Waffe wegstecken geht das Menü wieder. Nein, das Menü geht nicht mehr. Gut, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich Gossick neu gestartet habe, weil der tolle Bug wieder aufgetreten ist. Und dann machen wir den halt nochmal tot. Wir haben ja sonst nichts besseres zu tun, als wegen Bugs ständig Leute tot zu machen. Ernsthaft, dieses Spiel wäre so geil, wenn es nicht rumbacken würde wie die letzte dumme Affenscheiße. Bitte. Ja, bis gleich, wir sehen uns wieder. Oh, guck mal, hallihallo und herzlich willkommen. Wisst ihr was, ich habe mein Menü wieder. Haha, habe ich nicht. Scheiße. Fuck, ey. Noch ein Versuch. Ich muss ja den Taskmanager switchen. Äh, dazu mal... Es war keine Chance. Ich habe es versucht, aber es geht nicht. Doch, es geht. Den müssen wir doch jetzt anvisieren können. Jawoll, weg mit dem Wichser. So. Diesmal geht es wohl ein bisschen besser. Diesmal steht er zum Glück auch nicht wieder auf. Allein das ist schon mal ein sehr großer Gewinn für uns, ja. Wir müssen jetzt also sowieso die ganzen Gardisten töten. Okay. Ja. Gut, dann haben wir den auch noch ausgeraubt. Dann haben wir hier schon mal ein großes Teil oder ein großes Gebiet, äh, geklärt. Also gekliert, ja. Die Frage ist angenommen, ich attackiere die jetzt so nach und nach und metzel die alle da nieder. Wer steht denn da alles? Eigentlich ist mir der Weg zu lang. Die Frage ist, wo ist Lester? Wo ist Lester, dieser Idiot? Äh, wir haben in unserer Mission Null. Null Fortschritt. Wo Lester ist, weiß ich nicht. Hm. Ich hatte ja im Sumpflager gehofft, aber da ist er nicht. Eigentlich muss er doch ein Sumpflager sein, oder? Das gebietet doch die Logik, oder? Oder bin ich dumm, oder? Ah, wie viele von euch Idioten stehen denn da? Oh, das sind einige. Also vier vielleicht. Bloodwin. Ach, hör mir doch auf, ey. Der Wichser. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Gerade ging's. Und jetzt darf ich mein Menü wieder nicht... Ach, leck mich doch. Leck mich doch. Ich mach's alles. So. Ja, Leute, hallo. Wieder mal eine Leiche mehr, hoffen wir. Diesmal können wir ihn direkt anziehen, da er schon genug Schaden genommen hat. Ist er hiermit jetzt tot. Jetzt speichern wir das. Damit es ja nicht nochmal gemacht werden muss. Eieiei, der brennt sogar noch. Der Kerl kann einem fast schon leid tun. Aber eigentlich nicht, weil er uns attackiert hat. That is. Give. Give everything. Thanks. Auch das hier nochmal. Und wisst ihr was? Ich hab das jetzt schon so oft neu versucht. Jedes Mal kam dieser Kack-Bug da. Gut. Damit haben wir das weit genug geschafft. Wir speichern hier direkt. Und dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, dann gut bewerten und kommentieren. Darüber würde ich mich jedenfalls freuen. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert, falls ihr mich verfolgen wollt. Und wir sehen uns dann wohl wieder in der nächsten Folge von Let's Play Gothic. Bis dahin. Servus. 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 Vielen Dank.